Rudolf von Karnel war ein deutscher Bergbauingenieur. Herkunft Er entstammt einem kurländischen Geschlecht, das 1751 unter dem Namen D. Karnel in Schweden naturalisiert wurde. Seine Eltern waren der preußischer Generalmajor Avid Konrad von Karnel und dessen Ehefrau Mathilde Lequant. Leben Von Karnel erlernte den praktischen Bergbau in den Neuroder und Waldenburger Revieren. Er studierte 1823 bis 1824 in Berlin und wurde beim Bergkampf Fontanowicz in Schlesien und 1830 zum Obereinfahrer bei der Friedrichsgrube befördert. Hier leitete er besonders den Betrieb des fiskalischen Blei- und Silberbergwerks und der damals in der Entwicklung begriffenen Gaimai-Bergwerke mit. So großem Erfolg, dass er schon 1839 zum Bergmeister ernannt wurde. Nebenbei hielt Karnel Vorträge an der Bergschule Fontanowicz und gab 1843 bis 1847 allein, später in Verbindung mit Otto Ludwig Krug von Nieder, ein bergmännisches Taschenbuch heraus. 1844 wurde er als Oberbergamtsassessor nach Bonn versetzt, aber schon 1847 nach Berlin berufen und zum geheimen Oberbergrat und Vortrag in den Rat im Handelsministerium ernannt. Hier wirkte er wesentlich für eine zeitgemäße Umgestaltung des Bergbaus. 1848 war er kurze Zeit Direktor der Gewerbeakademie, zugleich begründeten er und Karl Carsten im Dezember 1848 als stellvertretende Vorsitzende mit. Leopold von Buch, den Schriftführern Heinrich Ernst Bayrich, Julius Ewald, Heinrich Girard und Gustav Rose, dem Schatzmeister Friedrich Tonnau, dem Archiver Karl Rammelsberg und weiteren 40 Teilnehmer der konstituierenden Sitzung die Deutsche Geologische Gesellschaft. Auch las er 1849 bis 1855 an der Universität über Bergbaukunde und gründete zur Unterstützung der reformatorischen Bestrebungen im Gebiet der Montanindustrie die Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwiesen. Seine erfolgreiche Tätigkeit für den schlesischen Bergbau beginnt 1855 als er als Berghauptmann an das Oberbergkamp Breslau versetzt wurde. Der oberschlesische Bergbau nahm unter seiner Leitung einen starken Aufschwung. Karnel veranlasste die Gründung des schlesischen Vereins für Berg- und Hüttenwesen und leitete die Redaktion des Jahrbuchs dieses Vereins sowie einer Wochenschrift. Seine geognostische Karte Oberschlesiens, wenn auch überholt durch Römers Meisterwerk, hatte große Bedeutung. Er trat 1861 in den Ruhestand. Ehrungen Nach ihm wurde das Mineral Karnelit benannt. Das Steinkohlenberg-Werkzeche Vereinigte Sellerbeck in Mülheim an der Ruhe nannte ihren 1854 abgetäuften Hauptförderschacht Karnel. Familie Er heiratete Emilie von Büttner. Eine Tochter des Fürstbischöflich-Breslauschen Amtshauptmanns Johann Gottlieb von Büttner und der Christiane Schindler. Das Paar hatte zwei Töchter. Werke Leopold von Buch Gedächtnisrede Gehalten am 6. April 1853 in der Versammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft von dem stellvertretenden Vorsitzenden. Mit einem Bildnis des Verewigten. Berlin 1853 Elfers Ditschette Lyssey 1835 Die Sprünge im Steinkohlengebirge Ditschette Lyssey 1850 Die Bergwerke in Preußen und deren Besteuerung Ditschette Lyssey 1857 Geognostische Karte von Oberschlesien 1864 Die fiskalischen Bergbaufelder in Oberschlesien 1844 Geognostische Karte von den Erzlagerstätten des Muschelkalksteins bei Tarnowitz und Beuten in Oberschlesien 1844 Bergmännisches Taschenbuch für alle Freunde der Bergwerksindustrie im Besondern derjenigen Oberschlesiens Dein Brenda Camera scoren 1 2 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020